Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rocket League. Mein Name ist Antarius und heute wieder mit dabei Pantora Tastatur. Servus. In der heutigen Aufnahme werden wir uns noch ein wenig gegen Bots einspielen. In der nächsten Aufnahme mit Pantora Tastatur werden wir uns dann schon online versuchen. Nachdem das letzte Mal doch noch etwas knapp war, brauchen wir noch ein wenig Übung, bevor wir wirklich online starten. Oh nein. Oh nein. Wo ist der Ball? Da war es zu langsam. Das ist voll doof. Oh ja, aber schön, ja. Guckst du. Da kommt der nächste schon. Ich hoffe nicht, dass ich gepimt werde. Ich versuch's. Aber ich dachte der Ball gehört ins Loch. Nein, ich habe ihn ausgeholt. Warum tust du sowas? Nein! Oh, wie war's schön aufgefunden. Au. Echt, ich hab grad voll den Überblick verloren. Boah, wir sind auf der falschen Seite. Weil du das wissen willst. Ah. Oh. Ich hab grad voll den Überblick verloren. Au. Au. Patrin. Schade. Da hat dich nämlich so schön aufgespießt. Oh, warst du schon wieder in die Richtung. Falsche Richtung, falsche Richtung. Okay. Erst nerven. Ich kann nix dafür. Ja, wir haben schon ein urfettes Loch. Yay. Blub, oder? Berghuft, warum verhufst du vorbei? Warum hab ich vorbei gehuft? Ah. Ich hab's vorbei gefahren. Erst. Ach. Komm nicht. Ah. Au. Ich will ja ganz leicht verwirrt. Bist immer verwirrt. Und nicht nur leicht. Au. Ich hab ihn gar noch angestuft, dass man jetzt reingeht. Da kommt so und so weg. Oh oh. Nein. Jetzt haben wir ein fettes Loch. Wir hatten davor schon fette Löcher. Ja, aber nicht gute. Aber geht's mir bitte auf, um über fette Löcher zu reden. Wir können auch über enge Löcher rein. Sorry. Ah. Nein. Danke. Nein, der geht rein. Warte, deine Löcherphilosophie hat mich jetzt abgekriegt. Ja, ey. Hopp. Das hast du schonmal schöner gemacht. Was? Das ist einfach... Und? Da ist jemand zum Störer aus. Ja, selber schuld, wenn er noch einfährt. Ja. Da weg. Äh. 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 Mehrmalsgrad. Äh. Ja, ohne den Fuß auch noch drauf. Äh. Ich hab mich zum Fall. Nein, ich wurde geportet. Oh. Sehr schön. Äh. Ja. Ja. Der kam noch bei innen runter. Ja. Ja, ich weiß nicht. Aber ich hab mich grad... Ja. Sind's beide zu spüren? Ja. Ja. Ich würde mir nicht zu nahe kommen, wenn ich du wär. Ich hab diese komische Post. Ja. 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 Ich weiß nicht, mit wem du redest. Ja. 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 Der Boden ist halt mein Element. Am besten am Rücken. Ah. Das heißt, du liegst gerne am Rücken. Ja. 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 Das ist weniger Arbeit. Nein. Nein, du schon wieder. Ja, du lernst doch. Es tut mir leid. Ja, ja. Aber was war jetzt? Nehmen wir mal so kurz weiter. Warum? Das taktisch... Das war taktisch das Vorgehen. Dass es dir in die falsche Richtung drückt. Nein, das war taktisch das Vorgehen. Ich weiß nicht, wie du das sagst. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Im Gegnerfeld. Doch. Hast du ihn gerade eigentlich gewonnen? Nein. Ich weiß nicht, dass ich jetzt böse sein muss noch dich. Du bist doch immer böse auf mich. Warum wärst du da außerdem noch böse auf mich? Weil ich mich deswegen verfehlt habe, weil er eingefahren worden ist. Nein, das hat sich da wieder umgefärbt. Ich weiß es nicht. Sehr schön. Ja. Der Gegner hat dich gerade dorthin geportet. Nein. Nicht schön. dafür. Das ist der Grund. Oh. 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 Here we go. Nein! Ich glaube ich muss gar nicht umschärfen. Oder das genaue Gegenteil. Au! Oh! Nein! Unglaublich! Auch! Ja! Nein! Oh! Ich habe irgendwas so runterfallen müssen. Oh! Schade! Oh! Oh! Au! Ich wurde gerade zerstört. Ja, wir müssen schon das mal ausgleichen. Ich weiß. Und? 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 Na ja, fast. War fast im Tor. Oh! 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 10 Sekunden hat die Verlängerung gedauert. Oh! Das war heute der erste Sigma wieder für uns. Oh! So liebe Leute! Erste Runde vorbei. Wir sind uns in einer Sekunde in der zweiten Runde. So, da sind wir wieder in der zweiten Runde. Wir starten gleich und schauen, ob wir diese auch wieder so knapp abschließen werden oder ob wir es diesmal besser machen. Voll vorbei gehuppt. Ich fahre jetzt im Kreis. Einfach nur, weil ich es kann. Ich zerstöre, weil die Gegner ist das in Ordnung. Komm auch nicht. Der war mies, ey. Wenn ich ihn mir gerade unter zart hab. Nein, er hat nur zuerst und dann hat er drauf gehabt. Toller Popo. Au. Komm, 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 komm. Nein. Puh. Oh, jetzt ist er eigentlich vorhin. Schliess ihn weg. Schliess ihn weg. Komm, Mann. Das wird eigentlich nichts benötigt. Ah, ich wurde gerade geportet. Ich hätte ihn gehabt. Oh, komm her. Nein. Ich hab nicht den Ballen bekommen. Ich habe nicht den Ballen bekommen. Ja, ich habe nicht den Ballen bekommen. Nein. Nein. Ja. Nein. Und rein! Da hinten! Yay! Nicht nach rechts, Senior! Ich stehe rechts, und ich... Okay, nach rechts! So, dein Abschluss, komm! 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 Der Fall ist genau da nicht los. Ich stehe hier aufs Loch! Hier aufs Loch! Oh-oh! Weg von da! Boah! Au! Wurde ich geschlagen! Das ist geschlossen! Oh! Hopp! Ich hab's probiert! Ja! Wirklich! Nein, nicht du! Doch! Ah! Tschüss! Ah! Komm! Das erlebt's ja nicht! Und dann wird das so ein Desaster werden! Oh! Okay! Balli, 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 balli! Nein! Nein! Vorbein, vorbein, vorbein! Ganz zu oft! Nein! Ah! Verdammt! Ich hab's gefeiert! Ich hab's gefeiert! Ich glaub, das ist das, was ich mein' Was? Dass er sofort wieder an mittleren Bar geteilt hat! Achso, das mein's ja! Abonniere! Abonniere! Du bist! �! Abonniere! Es ist ganz wenig, du bist! Abonniere! 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 Ah! Ja, Looch schon wieder auf unserer Seite, RLK, oh, den ist er. Ja, ich weiß, das war ich. Ja, so knapp. Oh, das war ich mit meiner Faust. Er hat blockiert. Und? Gebet. Oh, das ist ein Sigant, Alter. Ja, das ist ein Sigant. Ja, das ist ein Sigant. Ach so. Alter. Sehr gut. Mann! Wir gucken mal. Nein, das ist problem. Bestellte mich. Ah, okay. Ah, das ist ja mein Enteimple. Schei... Enteimple ist doch. Und... Hm? Hm? Nein! Ah, ich hab's zu spät gesehen, dass du vielleicht... Ja, ich hab's zu spät. Komm rüber, 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 rüber. Wir haben uns abgefangen. Kriegst du ihn? Ah ah. Kann ich. Ich denke, es hat immer Luft. Au. Oh. Und wieder. Ah, ich sehe es. Nein! Was denn? Ja, bei uns ist aufgehangen. Ich werde für die ganze Zeit zerstört. Das gibt es nicht. Nein! Ich denke, es geht nicht. 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 Ich denke, es geht noch. Ja, ich denke, es geht noch. Wir fangen in diese zweite Runde. Das war leider eine sehr miese zweite Runde. Dennoch hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Zeigt es mit einem Kommentar oder lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.